hey yo zusammen ganz kurzes info video der schlacht mit lehre 2 aufstieg des hexen königs community clash wird um eine woche verschoben also geht es am 29 april weiter genau aus persönlichen gründen ich bin auf eine geburtstagsparty eingeladen und das ist mir dann doch ein bisschen wichtiger als youtube muss ich ganz ehrlich gestehen deswegen werde ich hingehen essen gehen feiern ein bisschen naja und dann verschiebt man das alles um eine woche alles klar vielen dank bis dann macht's gut ciao